Hey ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Nadine Chiara, eine Fitness-Influencerin, bin auch eben Personal-Trainerin und coache Leute online. Und genau, in dem Video werde ich dir heute erklären, wie du mit dem Laufen anfangen kannst, wie du besser wirst, wie du mehr Ausdauer aufbauen kannst. Und genau, ich gebe dir einfach in dem Video ein paar Tipps und ich möchte euch auch sagen, wie geil es ist bzw. an welchen Orten ihr in Wien laufen könnt. Ich habe da nämlich so eine Lieblingsstrecke und ich habe einen 24km Lauf gemacht, wo ich euch mitgenommen habe mit dem Handy. Und da werde ich auch so ein bisschen was einblenden und euch einfach ein paar Tipps geben und das Ganze jetzt erklären. Also, falls du besser im Laufen werden möchtest, dann bleib auf jeden Fall bei dem Video dabei. So, vielleicht kurz zu mir, wie ich zum Laufen gekommen bin, weil ich verstehe, alle Leute, die das Laufen hassen. Ich habe Laufen früher wirklich auch gehasst. Ich habe nur Krafttraining gemacht und keiner hat mich aufs Cardi-Welt gebracht. Ich habe es wirklich gehasst. Und angefangen habe ich ursprünglich, Funfact, weil ein Typ im Fitnessstudio meinte, Frauen gehören nicht zu den Gewichten, Frauen gehören ans Laufband. Und da dachte ich mir so, hm, habe mich aufs Laufband gestellt und da habe ich keine 5 Minuten durchgehalten. Das war wirklich furchtbar für mich. Und generell auch im Gym, am Laufen und zum Laufen anfangen ist jetzt nicht das Geilste, weil es einfach wirklich so langweilig ist. Das, was mich grundsätzlich zum Laufen gebracht hat, war mein Australienaufenthalt, weil ich einfach entlang des Meeres spazieren wollte, also einfach was sehen wollte und irgendwann mir gedacht habe in Australien, ich jogge einfach mal eine Runde. Ich habe wirklich ohne Druck, ohne Zwang, und das sind auch schon die Top-Regeln für euch gleich, ich habe ohne Druck, ohne Zwang angefangen, nicht irgendwas im Hinterkopf zu haben, wie ich muss jetzt laufen, um abzunehmen, um Kalorien zu verbrennen. Macht euch auch keine Distanz, wie ich muss jetzt 5 Kilometer laufen oder 10 oder 3 oder was auch immer, ich muss jetzt 30 Minuten laufen. Nein, so kann man nicht anfangen. Fangt wirklich einfach mal an. Einfach just for fun. Das ist das Beste, wie ihr anfangen könnt, dass ihr einfach sagt, okay, Wetter ist geil, ich gehe jetzt einfach in eine Runde laufen, in einer frischen Luft, ich tue es für mich, weil Laufen hat wirklich so viele positive Vorteile, weshalb ich es euch wirklich ans Herz legen kann, zum Laufen anzufangen. Ja, und in Australien habe ich zum Laufen angefangen, mich in die Landschaft verliebt, sprich, die Landschaft ist wirklich auch etwas sehr, sehr Wichtiges, was ich euch empfehlen kann, wenn ihr vielleicht irgendwo auch hinfahrt, wenn ihr nicht so gelegen wohnt, wo es einfach schön ist zum Laufen, weil das macht wirklich sehr, sehr viel aus. Genau, vor dem Laufen, ihr braucht gute Laufschuhe und was ich euch empfehlen kann, während dem Laufen, entweder, was ich auch gerne mache, wenn die Umgebung geil ist, einfach die Natur haben. Es ist sehr interessant, wenn man an Leuten oder der Natur vorbeiläuft, einfach so das zu hören oder ihr hört einfach eine geile Musik. Ich kann euch meine Playlist in der Infobox verlinken oder eben auch einen Podcast, der interessant ist und euch interessiert. Mein liebster Ort in Wien ist auf jeden Fall die Donauinsel. Ich liebe es, dort zu laufen, weil das Angebot bei uns in Wien ist generell halt, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so schön ist oder vielleicht kommt ihr auch sogar aus Wien. Deswegen für alle Wiener, ich kann euch empfehlen, es einfach an der Donauinsel auszuprobieren, aber auch in der Innenstadt. Ich liebe es, Innenstadtläufe zu machen, weil das Coole in Wien ist halt wirklich, es gibt überall Wasserspender. Das ist das Coole. Und auch solche Wasserspender, die so eine Erfrischung geben, sprich, es kommt so ein bisschen Wasser, wird rausgespritzt und es ist einfach eine coole Erfrischung. Und ich schaue halt auch immer auf der App, es gibt nämlich auch eine App, da kann ich nachschauen, wo der nächste Wasserspender ist. Mittlerweile habe ich das ja auch schon im Kopf, sprich, ich weiß, wo der nächste Wasserspender ist, damit ich auch während dem Laufen keine Trinkflasche mitnehmen muss, was in Wien wirklich mega, mega praktisch ist. Und die Donauinsel zum Laufen ist wirklich unfassbar geil, weil es top ist. Es gibt so viel zu sehen. Zwischendurch habt ihr eben auch kleine Calisthenics-Parks und das mache ich auch sehr gern während dem Laufen, dass ihr so ein paar Kraftübungen vielleicht einbaut oder einfach ein bisschen was anderes, damit der Lauf abwechslungsreicher ist. Allein das bringt auch schon so viel. Wenn ihr ein bisschen Abwechslung reinbaut oder wenn ihr dazwischen einfach vielleicht mit Burpees macht oder drei bis fünf Liegestütz oder zehn, wenn ihr es schafft, einfach so ein bisschen Abwechslung reinbringen, kann so einen Lauf ziemlich aufpeppen, finde ich, und das ist richtig cool. Genau, und in Wien ist das halt einfach super praktisch, weil es überall einen Wasserspender gibt, auch entlang der Donauinsel oder eben auch in der Innenstadt. Und da laufe ich auch richtig gern mal durch, weil das wie so ein kleiner Regen ist, der super erfrischend ist. Ja, sogar wenn man in Indien aufs Klo muss beim Laufen, hat man sogar auch im Klo hier überall stehen. So, jetzt geht es aber auch weiter. Ich bin schon komplett beschwitzt. Ich bin jetzt auch gerade bei Kilometer 18 angekommen. Und hier ist da wie immer City Beach. Ich bin jetzt von der Wind. Ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja. Bis zum nächsten Mal. Das sind so meine Starttipps. Wie gesagt, Donauinsel, beste Route überhaupt. Da gehe ich eigentlich immer laufen. Da habe ich euch auch meinen 24 Kilometer Lauf jetzt abgefilmt. Also die Strecke ist unendlich lang. Könnt ihr so weit laufen und es fährt einfach nicht auf. Genau. Und was ich euch jetzt empfehlen würde, um generell die Ausdauer zu verbessern, ist, wie gesagt, nehmt euch mal kein großes Ziel vor, sondern lauft einfach mal los. Aber das, was wirklich wichtig ist, ist die Kontinuität. Sprich, dass ihr regelmäßig laufen werdet. Ihr könnt nicht einmal in zwei Wochen oder einmal in einem Monat und euch erwarten, dass ihr besser werdet. Sprich, Kontinuität ist sehr wichtig, vor allem am Anfang. Sprich, ich empfehle euch drei bis vier Mal die Woche. Es muss nicht unbedingt lang sein, aber versucht euch schon ab und zu herauszufordern. Wenn es am Anfang nur zehn Minuten sind, allein zehn Minuten ist schon top, dann versucht aber einen Lauf in der Woche mehr als zehn Minuten zu machen. Und so würde ich das wochentlich steigern, dass ihr wirklich so drei bis vier Läufe und ein Lauf ist immer so ein bisschen länger als die anderen. Aber ihr könnt auch, wenn ihr Kraftsport macht, und ich bin ja auch vom Kraftsport gekommen, euer Ausdauer verbessern, wenn ihr während dem Training versucht, die Pausen kürzer zu machen. Sprich, wenn ihr einen Satz habt, nicht zu lang Pause, sondern gleich den nächsten Satz daran, also vielleicht 30 Sekunden Pause oder maximal eine Minute und dann gleich zum nächsten Satz. Oder ihr baut während dem Training auch Übungen ein, wie zum Beispiel diese Bauchübungen mit den, also die Mountain Climbers, genau so heißen sie. Also wirklich eine Kraftübung, die auch mit ein bisschen Cardio verbunden ist, also Mountain Climbers. Und genau deswegen liebe ich ja auch den Stairmaster, weil der Stairmaster legendär ist, bisschen Kraft, bisschen Cardio, einfach top. Oder ihr macht auch einfach mal einen Hit im Gym, was auch eine gute Sache ist. Also das ist ein High Intensity Training. Ich habe auch auf meinem Kanal ein paar Hits oder auf Instagram ein paar Hit-Workouts, da könnt ihr mir auch gerne folgen. Und so könnt ihr auch eure Ausdauer während dem Training im Gym verbessern. Und ansonsten ist das A und O wirklich die Kontinuität, dass es für längere Zeit durchzieht. Klar, es ist vielleicht am Anfang so eine kleine Überwindung, aber denkt euch, nicht denkt euch, ich kann euch versprechen, nach einiger Zeit wird euch das Laufen wirklich leichter fallen. Und ich habe auch letztens ein Video, das könnt ihr euch auch gerne auf YouTube anschauen, ein Video zum Thema Runners High gepostet. Und wenn du einfach irgendwann ein bisschen Level bist, wo ich mittlerweile bin, weil ich wirklich richtig gerne laufe, weil es einfach wunderschön ist, man kann Stress reduzieren, den Kopf abschalten und voll, lauft auch nicht zu schnell los. Auch ganz wichtig Punkt, nicht zu schnell loslaufen. Lauf ganz locker und entspannt. Keiner sagt, dass du sprinten musst oder einen Tempo drauf haben musst. Lauf wirklich langsam. Auch meine beste Freundin zum Beispiel, ich war mit ihr laufen und sie ist einfach so schnell gelaufen. Da dachte ich mir schon, so hält das doch keiner lange durch. Und sie meinte, ja, sie dachte eigentlich, das ist so ein normales Lauftempo, was sie laufen müsste. Nein, ihr könnt wirklich, wirklich langsam laufen, euch Zeit lassen und in eurem Tempo laufen. Das ist ganz wichtig. Genau, und wie gesagt, nehmt euch am Anfang nicht zu viel vor. Also sagt jetzt nicht, ihr müsst die Kilometer schaffen oder die Zeit oder so. Ich meine, es ist gut, so ungefähr das Ziel zu haben pro Woche, zum Beispiel die 10 Minuten für den Anfang oder 15 oder 30, je nachdem, auf welchem Stand ihr seid. Und es ist einmal steigert. Das ist schon gut, aber grundsätzlich, probiert spielerisch auch einfach mal auszulaufen. Und ich sag's euch, wenn ihr das ohne Druck und Stress macht, funktioniert das echt am besten. Und das ist das Wichtigste, dass ihr euch nicht unnötig zwingt und einen Stress macht. Klar, am Anfang wird es noch schwerer sein. Das ist normal, dass es am Anfang schwerer ist, aber ich war auch dort. Und ich kann euch wirklich versprechen, das wird mit der Zeit besser. Zum Thema Run as High nochmal kurz. Wenn ihr so in einem gewissen Stadium seid, wo Laufen einfach leicht für euch ist, also euch nicht mehr schwerfällt. Und ich verspreche euch, das kommt nach einiger Zeit. Und dann ist es auch so, dass Laufen wirklich eine Entspannung ist und viele Läufer, unter anderem auch ich, in dieses Run as High kommt. Wie gesagt, mehr dazu im letzten Video. Run as High ist einfach legendär. Ich liebe dieses Gefühl. Es fühlt sich halt echt so ein bisschen an wie High sein durch das Laufen, weil Hormone ausgeschüttet werden. Und ich liebe das einfach und das macht unglaublich glücklich. Wie gesagt, mehr dazu im letzten Video. Und genau, das war's auch eigentlich. Mehr Tipps gibt es eigentlich gar nicht. Sucht euch eine schöne Landschaft aus. Vielleicht schaut euch das Video einfach nochmal an und schreibt ein paar Stichpunkte mit, die euch eventuell helfen könnten. Und ja, ich kann euch nur sagen, wenn ihr einmal drin seid in diesem Laufen, dass es nicht mehr so ein Druck ist, ist Laufen wirklich eines der schönsten Dinge, weil ihr auch überall laufen könnt. Und ja, eben voll. Eine wichtige Sache noch, Kohlenhydrate ausreichend essen. Also wenn ihr wirklich laufen geht, schaut auch, dass ihr euren Körper ordentlich ernährt. Sprich, dass ihr auch viele Kohlenhydrate zu euch nehmt und einfach was isst und nicht ausgehungert mit leerem Magen jedes Mal laufen geht. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben oder hier unter dem Video. Und genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.